Hallo, schön, dass ihr reinschaut. Ich möchte euch heute mal ein Spiel zeigen, was ich gerne unterwegs spiele oder mal auf der Couch bei Werbung. Es ist ein Arcade-Spiel, ist sowohl auf dem iPad, Mac und auf dem iPhone berückbar. Von was ich rede, ist ein stinknormales Backgammon-Spiel, ist aktuell in Apple-Arcade komplett kostenlos. Wir starten das mal. Wir gucken es uns einfach mal an. Also wie ihr seht, kann man hier in den Einzelspieler-Modus spielen. Dann spielt man also gegen den Computer, ist ja klar. Zwei Spieler gegenüber von jemandem. Dann könnt ihr gegen Freunde spielen. Ihr ladet dann ein, entweder über Quick Match, dann wird automatisch geguckt, ist der andere auch angemeldet. Oder über die Kontakte, dann kriegen die Personen eine SMS geschickt. Wir machen jetzt aber einfach mal ein Online-Spiel. Ihr seht hier unten, wo Bidempischen.de steht, stehen null Punkte im Moment. Ist sehr kompliziert, also für mich gewesen, da mal ein paar Punkte reinzuholen. Maximal hatte ich 15. Und man verliert halt immer wieder, wenn man halt im Spiel verliert. Ich erkläre es euch gleich. Wir gehen einfach mal an Online-Spiel, gucken mal, ob irgendjemand online ist, der jetzt auch spielt. Also ihr verliert ein Punkt, wenn ihr selber schon was hier in der Leiste habt quasi, also schon abgelegt habt. Wenn ihr gar keinen abgelegt habt, dann verliert ihr zwei Punkte. Aufgeben könnt ihr auch. Ich muss ehrlich sagen, manchmal klappt das ganz gut. Dann bekommt ihr gar keinen Punkt abgezogen. Ah, jetzt haben wir einen Gegner gefunden. Ihr seht, der Mick Modern hat aktuell 97 Punkte. Jetzt kann ich hier mit den Fingern ganz normal ziehen. Also das ist ein normales Big Game. Ich werde jetzt mal eine Runde spielen, weil so aufregend ist es jetzt nicht für euch. Den schmeißen wir da mal raus. Also wer Begemmen kennt. Also Ziel ist es, die ganzen Steine in sein, in das Loch zu holen. Ich glaube, ich nehme erst mal die. Ihr habt gesehen, ich konnte jetzt auch den Zug wieder rückgängig machen. So, dann haben wir den schon mal gesichert wieder, weil da kann er keinen schmeißen. Also Spiel macht definitiv süchtig. Jetzt komme ich nicht weiter, weil die 7 wäre da. Also gehen wir mal hier weiter. Ja, da kommen wir. Machen wir da die 1. Dann sind die schon mal alle gesichert, hier drüben. Das sieht eigentlich so bis jetzt ganz gut aus für mich. Aber es droht euch. Manchmal ist es halt definitiv so, ihr dachtet, ihr hättet ihr alle schon drinnen. Und dann zieht ihr euch doch noch ab. Das habe ich schon so oft gehabt. Also wenn ihr euch jetzt definitiv beeilt und der Kollege hier gar keinen drinnen, dann könnten wir zwei Punkte erzielen. Okay, das ist jetzt ein bisschen doof. Also ich möchte da oben jetzt nicht setzen. Das könnte ich riskieren. Ich schmeiße ihn jetzt hier nochmal, um Zeit zu gewinnen. Okay, mit der 4 kommt er wieder raus. Ich schmeiße ihn jetzt aber hier nochmal. Ich versuche damit ein bisschen Zeit zu gewinnen. Ah, sehr schön. Guck mal, 6-6. Das geht. Das sieht richtig gut aus in dem Moment. Da kommt er nicht raus. Da kann ich auch wieder 4 und der 1. So, und jetzt darf ich anfangen einzulachen. Sollte man aber aufpassen, dass man jetzt hier ihm keine Lücke hat. Okay, jetzt hat er die 5. Jetzt wird er wahrscheinlich aufpassen, dass sich da unten noch eine Lücke für ihn ergibt. Und ich muss aufpassen, dass ich ihm die nicht gebe. Die ich ihm jetzt aber gebe. Wenn er jetzt so 5 würfelt, habe ich natürlich ein Problem. Dann muss ich wieder von vorne anfangen. Habe aber Glück gehabt. So. 2-2-2-2-2. Was mir auch aufgefallen ist bei dem Spiel, ich weiß auch nicht, ob das irgendwie getürkt ist oder wie auch immer. Verliert man einmal, verliert man die nächsten Runden immer, gewinnt man einmal, gewinnt man die nächsten Runden. Also es ist ein bisschen merkwürdig. Also ich weiß nicht, ob das da so alles gewollt und geplant ist. So, jetzt habe ich wahrscheinlich das Problem. Die 2 Punkte werde ich wohl nicht mehr erreichen. Da muss nur einen reinsetzen. Das wäre ein Aschgut. Ne, leider nicht. Also es gibt nur einen Punkt. Jetzt kommt er, wo ich ihn nicht mehr brauche. So, jetzt habe ich einen Punkt gewonnen. Ich will euch jetzt nicht langweilen. Also ihr habt das Spiel jetzt mal kennengelernt. Mir macht das Tiere Spaß, weil man kann es wunderbar auf dem iPhone mal so im Zug oder so nebenbei spielen. Ich habe den Ton jetzt gerade ein bisschen ausgeschaltet hier, weil das nervt derisch. Ihr könnt hier noch ein bisschen die Optik von dem Spiel ändern. Aber an sich... Ups, jetzt habe ich es. Ich will es wieder zurückstellen. Ich finde den Look am besten. Ja, schaut es euch doch mal an. Wie gesagt, wir gehen gerade mal in den App Store. Das hat jetzt auch nicht so die tollsten Bewertungen. Aber... Wie gesagt, mir macht es trotz allem... Es gibt auch dieses Classic Board. Das ist... Also es gibt auch die... Spiele, die man definitiv kaufen muss. Und wie gesagt, es gibt halt auch das Arcade. Also es gibt hier diverse Alternativen auch. Und wie ihr seht, da gibt es massig. Also falls ihr kein Arcade habt, ihr habt auch andere Chancen, dieses Spiel zu spielen. Mal gucken, kann ich das so mal zeigen. Arcade... Ich glaube, so bringt er mir das jetzt nicht. Es geht aber meistens hier über die Arcade. Da ist es. 4,3 Bewertungen. Also es ist... Ja, Zufall, ja. Schreibt hier eine gute Aufmerung, aber kein Zufall. Keine Spur. Ja, das bin ich auch der Meinung. Dass es nicht immer so passt. Aber wie gesagt, trotzdem ein Spiel für unterwegs. Im Wartezimmer beim Arzt. Finde ich es immer ganz nett. Ja, das war es erstmal. Ich habe damit mein erstes Lieblings-iPad-Spiel vorgestellt. Ich werde noch ein paar mehr zeigen, was ich sonst noch so spiele. Aber das in den nächsten Videos. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst mir ein Däumchen da. Schaut doch mal auch im Discord vorbei. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank. Macht's gut. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal.